super machst du das berry fein sehr gut sind jetzt so 15 minuten unterwegs mit der leinenführigkeit hat er echt schnell gecheckt der kleine ein kleines mäßchen für autos hat er sich auch nicht erschreckt das war ein bisschen komisch das gerät da unten sind auch noch ein paar baustellen geschichten großen baggern und geräuschen aber es scheint ihn alles nicht so großartig zu beschäftigen also findet das schon interessant aber zumindest nicht doll gegruselt